Guten Muster Sport TV hier. Grünes Licht für die Champions League Begegnung zwischen Bayern München und Athletic Madrid. Am heutigen Morgen wurden die Spieler abermals getestet und alle waren negativ. Knabry natürlich ist weiterhin Quarantäne aufgrund des positiven Befunds, aber die restliche Mannschaft war negativ und somit gab dem UE-Versprecher bekannt, dass das Spiel ganz normal, wie gewohnt, stattfinden wird. Ganz normal in dem Sinne, wie die aktuelle Situation es leider nur hergibt. Leider ohne Fans, aber wir hoffen einfach, dass es ab neuen Saison einfach wieder besser sein wird. Ich wünsche dem FC Bayern München auf jeden Fall alles, alles Gute fürs Spiel. Hoffen wir mal, dass sie sich nicht irgendwie ja so beeinflussen lassen oder dass es sich irgendwie aus der Rolle bringt wegen einem positiven Vorfall. Man weiß ja nie, ob sie an irgendwelche Leute Gedanken machen oder dies oder das, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, toi toi toi, ich sag hier Arrivederci, bis dahin und ciao ciao. Ciao.